So, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, heute werden wir uns mal in der Mina ein bisschen umschauen. Moment, wann sie noch mal... Ja, stimmt, kann man... Ja, was ist das? Ach ja, eine Löhre-Lohre. Ja, wir gehen erst links lang. Links ist prinzipiell falsch, deswegen gehen wir da erst mal lang. Was immer sie drin eingerissen hatte, nun ist es weg. Yeah, es wird Licht. Oh, 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 Vorsicht. Wie der Bergmann kennt die Weise, ach, das Leben ist ein Lied. Zueinander, voneinander und zum Schluss der Blick nach vorn. Äh. Was soll das denn für ein Lied sein? Jetzt räumen Sie nicht einmal. Wer sagt, Berglo ist ein Poeten? So, äh, Moment, also noch mal. Ist ein Lied zueinander, voneinander. Und dann der Blick nach vorn? Oh Gott. Ich hab da jetzt so ne Theorie, aber... Also zueinander. Also zueinander. Äh. Voneinander und zum Schluss der Blick nach vorn. Oh Gott, das Rennsinn überfordert mich jetzt schon. Okay, das ist schon mal völlig falsch. Ist das ein grüner Grasfleck? Es schreit förmlich nach. Schieb das Wasser da drauf. Ja. Lass ihn schreien, Honk. Lass ihn schreien. Ja, ich wusste, der linke Raum war ein Fehler. Oh Gott, wie ich so Rätsel hasse. Die ich nicht verstehe. Mach' man auch mal nicht. Die Lampe wirkt, als sei sie von Tasten in den starken Fingern eingedrückt wurden. Da kam in längst Zeit ein Lichtschein heraus. Abgelegene Ecken sind ideale Lagerungswinkel für alles, was man irgendwann einmal gebrauchen könnte, aber jetzt aus dem Weg muss. Zum Beispiel Stützholzbretter. Toll. Was passiert, wenn ich das seitlich antippe? Ah. Moment. Ah, da kommt es wieder auf Anfang. Höh. Das! Was war das? Wer, wer das Licht trägt, hat nichts zu fürchten. Ermannt euch. Hey, ich bin eine Frau. Das ist doch nicht einmal dein schlimmster Makel, Vibe. Was willst du denn damit andeuten, Pippchen? Ha, wenn ich mich über einen Idioten aufregen kann, verschwindet meine Angst. Gut, dass wir den dabei haben. So, hat das jetzt irgendwas gebracht, oder? Also außer, dass da jetzt irgendjemand dumm gelacht hat. War das schon alles? Ah, jetzt habe ich es kopiert. Zueinander. Voreinander und der Blick nach vorn. Uuuuuh. Das Schild kommt auf den... Weist auf den Raum rechts. Hey, toll. Oder? War jetzt mal meine Theorie. Was machen wir mit diesem Kackfass? Zueinander, voreinander und der Blick nach vorn. Dieses Fass verwirrt mich. Du kannst doch hier einfach ein Fass hinstellen. Ohne nennenswerten Grund. Hey, warte mal. Kann man sich doch theoretisch nicht mit dem Fass einsperren? Theorie ist schon, ne? Schlechtes Level-Design. Ganz schlecht. Das probieren wir doch mal aus. Komm schon. Und tatsächlich, man kann sich mit dem Fass einsperren. Hey. Schlechtes Level-Design. Ganz schlecht. Ich kann mich mit dem Fass selbst einsperren. So ein Bild. Äh, naja. Dann bleibt uns wohl noch ein Weg. Wow. Karma! Stell uns bei! Der Nebel gewinnt an Kraft! Fürchte das Licht, Schattenwesen! Ja, und nachher dürfen wir eh gegen ihn kämpfen, oder? Tragen wir den reinigen Strahl in das Dunkel. Junge! Du hast Schneid! Ich muss doch eh gegen ihn kämpfen. Gib's doch zu. Hat sich die Finger verbrannt. Toll. Boah, 20. Walden im Bohnen nehmen, dann scheint sie allmählich in das Brett hineinzufressen. Wo bin ich denn hier? Tschernobyl? Überall ist Nebel. Huh. Radioaktivität fehlt. Bitte, Schmählinge! Bei dem Wunnen ist es mich nicht, dass sie sogar diesen Nebel aushalten. Was ist das? Oh, noch mehr zum Schieben! Okay. Das lassen wir wohl lieber stehen. Ah, ein Eichelhut! Was kann man damit... Was kann man mit dem machen? Äh, gar nichts! Ich behalte dich im Auge, Hexe. Immer im Auge. Muss aber ein großes Auge haben. Hohohoho! Kapiert, großes Auge, weil er es im Auge behält. Der Nebel hat dem Schäden zugesetzt! Er ist schon faulig und bald ganz schwarz! Was stand da? Mitfried? Äh... Was? Äh, Moment. Ich glaube, ich habe da einen Bug entdeckt. Ha! Ha! Geil. Okay. Das ist... So was muss ich lachen, ja. Ha! Ein Abenteuer von echtem Schono-Korn! Hat sowas nicht nötig! Der Nebel weicht selbst harten Tod wieder auf. Und bringt mich um die unverdiente Beute! Ich mag ihn immer weniger! Ging es eigentlich da auch noch lang? Zu welchem Weg gehe ich denn jetzt? Oh Gott! Immer diese realistisch gehaltenen, riesigen Minen. Und ich glaube, der Held sollte früher mal Medfret heißen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Mit einem Hebelarm. Ein prühe Gesteinshammer. Könnt ihr nicht auch mitnehmen? Puch! Er hält dreimal Eisenerz. Was ist das dort unter dem Nebel? Eine Grube! So dick wie er da drüben hängt, ist kaum was zu erkennen. Der Reine sieht nicht nur mit dem Auge. Ja, eine Grube, in der sie zurückgewechenden Nebel ballt. Er reicht tief, weit hinab, etwas laut unten. Beim Güldnen. Was war das? Was war was? Was hat er doch gerade selbst gefragt? Kehlkopf! Also, was war das? Irgendetwas schleudert mich zurück. Eine rohe, erbarmungslose Kraft. Lass uns so schnell wie möglich diesen Auftrag erfüllen! Ich habe ein schlimmes Gefühl! Ein ganz schlimmes! Okay, was haben wir da noch? Ja! Solche Geräte waren ein Mod! Wie ist es aber auch irgendwann zu erwarten? Nein, echt? Ach. Okay, was haben wir hier so? Mit Fred? Da hat aber jemand nicht gründlich gearbeitet. Was er vom Nebel fliehen wollte, ist er aber in die ganz falsche Richtung gelaufen! Wieso musst du das jetzt sagen? Ich glaube, ich spreche ihn heute nicht so tief wie sonst, aber... Pfff. Wumper, ne? Wayne? Äh. Du, die reißest in der Schattenpilze, bedauern diesen Nebel! Das ist so eine Ruhe, weil sie nicht direkt auf dem Boden wachsen. Der ist kackertot! Wenn du, die kleine Wiese schüttelig ein, soll dein Feind zu dir umgeben und trotzdem wachsen? Also, wusste ich's doch! Toter kleiner Pilzkopf. Oh, ne? Der Nebel macht ja das Material der Spitzer gesichtlich. Kürz wird's zerfallen sein. Yeah, zwei. Huh. Oh, tschuld. Das habe ich erwartet. Was ist das denn für eine Hexerei? Ein Zauberer? Seit fünf, weil fünf Generation trat keiner mehr unter die Menschen. Und er beherrscht den Nebel! Ja, die lachen immer so diabolisch. Zwei Stunden lang, ne? Dieses Lachen! Du steckst also dahinter! Empfange deine Strafe, Dunkelpaktiere. Oh, ja. Der Rabe! Der Zauberer! Was? Wo, wie? Ha! Ein Hiebschein den Zauberer in die Flucht geschlagen zu haben. Nicht an Hieb, Junke! Nicht an Hieb! Aus dem Stieg an Schattenepor, der sich mit dem Raben gekriegt so auf den Wald stürzte. Sagt dir das irgendwas? Ein Rabe? Aus mir? Das kann nicht sein. Er hat keine Macht über mich. Nicht mehr. Wovon? Was haben wir? Redest du da? Von gar nichts. Hey, so lassen wir uns nicht abspeisen. Glaubst du? Ich hätte schon längst gespürt was. Wage es nicht. Deine Hexen sind auf mich zu richten. Weib. Und lenk nicht ab, wenn du ihm wieder deinen kleinlichen Streit anzittelst. Was stieg aus dir auf? Na? Ah, du hältst also zu ihr. Der Wälder macht mit deiner Hexe als gemeinsame... Gleisame... Ach, Gott, warum oder lese ich mich so oft? Gemeinsame Sache gegen einen Paladin. Und lenk nicht ab, wenn du wieder deine alte Leier anschiffst. Was für ein Zauber war das, mit dem du den Zauber vertrieben hast? Kein Zauber, Gisulf. Ein Fluch. Etwas finsteres aus der Vergangenheit. Das mich umweht. Ein Alpdruck, der meine Träume heimsucht. Und ich fürchte die Stunden, in denen es wieder aus mir hervorbricht. Da ist ja schon mal geschehen! Wie praktisch, Kleiner! Da bist du eine äußerst wirkungsvolle Waffe! Glaubst du, ist dein Herrisch genug, die Düste ist auch noch freiwillig, über mich hereinzurufen? Disziplin und Härte. Das hält mein Herz rein und feint mich voll im dunklen Schlund. Verstehe ich das richtig? Ein Paladin ist von schwarzer Magie besessen? Hexe, du wirst für jedes deiner Worte bezahlen. Für jedes einzelne. Hör auf! Ihr nützt mir nichts, wenn ihr einander mehr magt! Wir haben hier noch etwas zu tun! Und ein Zauberer, die es da verwickelt ist, gefällt mir ganz und gar nicht! Ach komm. Ein Seelenstab. Pass bloß auf in dem Ding! Wenn es mir deinem Zauberer gehört hat, ist es wie etwas Ruhees oder Bärtes! Hier nicht weitergraben! Irgendetwas ist in dieser Wand, das unser Werkzeug zerstört. Hier verschwindet Sau, da sind auch die Faggeln verloschen. Kann ich hier nicht irgendwie weitergraben? Das ist ja so rassistisch. Apropos. Kann ich das jetzt nicht irgendwie anlegen? Komm schon! Leck's mir am Arsch! So wie das denn überhaupt bekommt? Was ist denn das Zauberer ist? Der hat zwar nicht zu genau. Da ist der Hammer, den ich nicht mitnehmen. Hast du das auch gesehen? Geh es auf! Was war das? Als ich mich schnell genähert habe, ging ein Pochen durch diesen kommenden Stab des Zauberers! Hm-mm. Ja, da muss ich jetzt wohl gleich nochmal zurücklaufen. Ja. Der er und zwar dahin. Ist voll aus Muggie-Eisen geklaut? Äh, nein, nicht wirklich. Moment, der Geistbau aus Dings. Äh, äh. Ich weiß es gleich, ich weiß es gleich, ich weiß es gleich! Soodblazer. Ganz im Osten hacke ich. Denk auf ganz wehmütig. An das, was mir am fernsten ist. Oh helles Blau, wie weit du bist. Mal bist du klar, dann wieder wolkig. Begeg doch deinen Namen, den vergaß ich nie. Ein, ein Geist! Ist etwa einer der Bergleute, die der Nebel verschlangen? Und warum hat dir der Zauberer in seinem Stab gefangen gehalten? Hey, Geist! Antwort auf unsere Fragen! Wohl nicht. Hacke lieber mal den Tür auf, ne? Da unten ist der Nebel. Toll, wir haben heute früh auch Nebel gehabt, deswegen hab ich auch keine Angst. Stylische Animation. Ackere Hacke, immerfort, Tag ein, Tag aus, an diesem Ort. Halme Grüne möchte ich sehen, doch darf ich nimmerfort hier gehen. Wo wogt ihr Wind auf breiter Flur? Wo war es noch? Wie hieß das nur? Was bringt mir das? Das ist ein Rätsel. Das kapierst du eh nicht. Verdammt, er hat recht. Sag hallo, guten Morgen. Gehe wieder hacken, fauler Kerl. Hacken, hacken, stark und schlau. Glaube ich eifrig meinen Bau. Wie das rote Tier mit List, das ist doch mein... Da es doch mein Vorbild ist. Doch wie hieß es, frage ich mich. Hört vergessen, fürchterlich. Oh Gott, hoffentlich muss ich nicht herausfinden, was die da meinen. Ja, wirklich keine Ahnung. Was hältst du was Neues? Das Wunderste der Vier drängt mein Herz zu ihr. Ich grabe im Fels in finsterer Nacht und hab mich um ihr Licht gebracht. Die Oberwelt bestrahlt sie fein. Ach, fiel mir doch ihr Name ein. Oh Gott, das klingt wie ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Hey, wo sind die Schädel hin? Wo sind die... Wo sind die Schädel hin? Toll. Ähm, 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 soo. Da war da nicht noch irgendwo einer gelegen? Moment. Sind lustig die Gegend laufen. Zuordentlich, schon wahr. Wo auch nichts ist. Wo nichts ist. Ich wusste doch, dass es da nichts ist. Aber doch leicht, dass es da nichts ist. Ich wusste es von Anfang an. Ja, hack mal, du Geist. Äh, dann eben darauf. Was hat er gegen seinen Fluch? Ich meine, hallo? Welches Wort möchtest du den Stein besprechen? Oh Gott! Welchen Wort möchtest du den Stein besprechen? Äh, wir machen erstmal weiter. Oh Gott! Rätsel in Masse. Äh, Moment. Äh, Moment. Das muss ich mir glaube ich jetzt erstmal aufschreiben. Äh, Zettel. ZETTEL! Also, wir haben hier, äh, gelb ist blau. Oh Gott, ich hasse solche Rätsel. Das hast du schon ein paar Tons mal erwähnt. Zweifel. My coolie. Geht gerade so super überhaupt nicht. Muss voll aufdrücken. Äh, okay, 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 okay. Also ich brauche ein gelb, ein blau, zwei rot. Und vier grün. Äh, muss ich das jetzt an den Stein angeben? Ich weiß gerade nicht. Ich versuch's einfach mal mit, äh, gelb. Äh, ja. Keine Ahnung. Hier hast du ein Rätsel, mach doch mal. Hallo. Ne. Äh. Sonst hat nichts. Aber leistet von meiner Brub-Dame soll er das sagen. Wie wir hier. Da fehlt ein Hebelarm. Misch ich mich nicht in einen gröner Kram, Küken. Und nur die offizielle Version. Da fehlt ein Hebelarm. Geil. So geht's. Ah, ja, okay. Da kann ich das Ding durch die Gäben schieben. Aber ich fürchte, ich muss da jetzt noch... Gar lustig's Rätsel lösen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, bis ich das jetzt da... Machen wir's einfach so. Oh, okay. Hat's sechs Buchstaben. Was ist das denn für ein Tipp? Nein, ich will's lieber nicht. Du hast alles in der Mitte fit, was du benötigst. Ja, toll. Ey, hier, Tipp. Leck mich. Ich hab dich auch lieb. Okay, wir fangen mal ganz im Osten an. Weil's am weitesten weg ist, ne? Da komm ich ja nicht runter. In diesen komisch bläulichen Nebel. Okay, geil. Okay, da komm. Das, was mir am fernsten ist. Oh helles Blau, wie weit du bist. Alles so klar. Wieder Wolke. Ich doch den Namen vergesse ich. Himmel? Wir versuchen's mit Himmel. Das hat sechs Buchstaben. Hey, ich bin schlau. Oh, ich kann bis sechs zählen, ne? Oh Gott, bin ich gut. Gott. Also. Ähm, 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 ähm. Immer diese Spiele, die einem mit Rätsel unnötig auffalten. Meinem brillanten Genie ist doch eh nichts. Äh, entgegenzusetzen. So, was will der? Äh, eingeladen über Vortag, einer von Juhl, 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 Juhl. Ich seh ihn doch so wie. Das ist nur, äh, äh, äh. Äh, äh. Ähm, Wiese. Wiese. Ja, nur welcher ist das jetzt? Wiese? Wiese. Wiese. Wiesel. Und? Super, ich weiß nicht, welches Ding welchem zuzuordnen ist. Fünf Buchstaben. Wie hieß der? Hat doch fünf. Ja, der hat um mich auch. So, der... Da brauch ich fünf. Ich jetzt wüsste, welcher Geist zu welchem Ding gehört. Das hat auch fünf Buchstaben. Toll. Versuch's doch einfach mal, ne? Nein, auch nicht. Lass mich raten, das sind auch fünf Buchstaben, ne? Warum nicht? Nein, das sind bloß vier. Hä? Aber was soll das dann sein? Er weht ihm, hä? Nochmal. Oh Gott! Ne, erzähl! Ist wohl, hab ich überlegt, ich seh, doch darf ich nur nach Fortier gehen. Huck den Wind auf breiter Flur. Was? Was? Wo? Ach, im Wind, nicht... Ach. Blatt? Gott! Könnte auch Gras sein, ne? Das war das mit den vier... Oh Gott. Mach doch noch mehr Rätsel. Ah, ich liebe es. Das ist ein schöner, Realtroll. Man kann eine Stunde mit dem Rätsel verbringen. Haha, aber ich bin zu brillant für deine lächerlichen Rätsel. Mein überlegener, geradezu gigantischer Intellekt ermöglicht es mir, dieses Rätsel mit Leichtigkeit zu erlegen. Einfach in meinem Baul, wie das rote Tier mit List, das ist doch mein Vorbild ist. List? Fuchs? Die kennen mich jetzt mit Tieren so gut aus, ne? Vier dringern, herz zu ihr, ich grabe mit der Sonne in den Felden, sie haben mir Licht gebracht. Ich versuch einfach mal Sonne und Fuchs. Weil ich mich immer noch frage, woher soll man wissen, wo, in welcher Geist gehört? Nimm uns ausprobieren, schub, du mal Idiot! Ja, hätt ich wissen müssen, ne? Okay. So, ne? Boah. Ob ich es wenigstens direkt eingeben kann, aber noch ein. Yeah! So, und jetzt... Jetzt bin ich gespannt. Wie meine unglaubliche Brillanz dieses Rätsel lösen kann. Haha, Gott, bin ich gut. Also, wir brauchen... Was brauchen wir denn? Wir brauchen Grün, fahren wir dann auf. Äh, was muss ich jetzt machen? Zwei, drei, vier. Also. Dann mixen wir da zweimal Rot rein. Eins, zwei. Das wird ein guter Cocktail, Jungs. Äh, das könnte man doch ausbauen, ne? So. Nein. Ich muss halt wirklich wieder zurückfahren, ne? Was ist denn Mist? Die Lore wird ja gar nicht voll. Das ist eine Endlos-Lore. Jungs, da kannst du den ganzen Müll reinstopfen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Mixtur wirklich funktioniert. Oh, nun! Haha. Das kann nicht mehr! Heldenhalten, 500 HP. Was! Ist! Das! Die Dinger kommen runter! Raus hier! Raus! So schnell wie möglich! Blödsinn, wir haben Zeit, wir haben... Keine Ahnung, blick zu früh! Mal lassen doch die Dämpel, die wir eine wackeln, wenn man keine Ahnung vom Backbau hat! Piep, ich nehme meine Nachhinein zuvorlaut, rum! Küken! Hättest du dir auch vorher sagen können, ne? Schon wieder so Mistvieh. Wir knacken erst mal die Kiste auf, Kiste auf, Kiste auf. Wir knacken erst mal die Kiste auf. Das war einfach. 100 HP! Yeah! Steigen Halsschlagen! 5 Eisenärz! Ein Kürbchen! Ein Kürbchen Eisenärz! Echt, nur kaputt! Schlimmer noch! Leer! 1, 2, 3! 6 Betten! Anscheinend haben die Berge noch in meinem Bauch in der Mine übernachtet! Ja! Das sah den Abenteuer aus! Dass ich so etwas zusammenreifen kann! Ja, ja! Und was setzt uns diese Emotion? Nun! Sie! Also! Das zeigt sich wieder mal! Wie will ich doch von diesem Ding verstehst! Da unten in der Bett ist bitte ein Exkrevent eines wirklich liederlichen Tiersoße. Äh. Kann etwas doch etwas? Kann etwas doch etwas in diesem Nebel leben? Die eins festen Türen und stabilen Fächer scheinen innerhalb kürzester Zeit verrollt zu sein. Genauso wie der eigentliche Inhalt des Schrankes. Da oben liegt doch noch nur diese Spitzhacke. Die sieht noch gut aus. Nimm eine Münze. Tut das No, das dir so rumoxidiert? Die ruhige Bettstadt kippt nichts mehr her. Bettstadt? Also... Bettstadt? Irgendwie erinnert sich die Stadt, aber egal. Wieso, entziehen Sie sich von selbst! So wie die Fackeln, als ich auf den Zauberer traf. Hallo? Seht doch, wie der hier liegt! Dieser Backbone ist wohl kaum lange ausgestattet und zum Tisch gefallen, als ich den Nebel packte. Er wurde so gelegt. Oh, schlauer. Bist du sicher? Glaube mir, ich kenne diese Haltung, äh... Der Zauberer, er plant wohl irgendein scheußiges Ritual. Ah, dieses Zauberer hat mir im Versalzen. Mh... Keil da raus? Licht! Weil, schau mal! Das Eis ist ja gebrochen! Einiges! Sieht doch noch ganz gut aus. Ja, befreien wir den Keil halt mal. Wir speichern lieber noch mal. Und speichern. Mein letztes Geist. Yeah, Magie! It's magic! Ah! Und so ist es mir auch der letzte zurückgeben. Habt Dank, ihr Narren. Zauberer, bist du das? Zeig dich, freiglich! Ihr wollt ein Gesicht? Na gut, nehmt mir diese vorlieb. Toll, soll ich vom Wohlkopf reden. Sei Teufel und einer ahnungslos als andere. Glaubt ihr, meinem Willen widerstehen zu können? Ich war nur kurz geschwächt, doch nun habt ihr mich neuerlich gesättigt. Seht nur, wie meine Kraft pulsiert. Der Nebel gewinnt an Kraft! Mal sehen, wie es ihr bekommt, wenn ich den reinigen Schein schmicken lasse. Vergehe, Dunkles. Das Licht erstrahlt. Zu spät, kleiner Paladin. Mir neu in Seele wächst meine Kraft. Und gleich verschlinge ich drei weitere. Walle, wie du willst. Ich weiche nicht. Sei kein Narr! Raus hier! Raus! Hättest du da noch was gegeben? Ich hoffe doch mal nicht. Puh! Geflohen vor dem Gewaber der Dunkelheit. Ich! Und er kam dir kaum hinterher! Du musst deinen Haas in der Gemeinschaft haben! Kein Wort mehr über meine Familie, Hexe. Sonst... Sonst was? Ruhe! Alle beide! Wir haben uns schon übertäuben lassen! Wie Grasgrüner Anfänger! Übertäuben? Was meinst du? Ist euch klar? Der Zauberer wird sich schön ins Feusti lachen! Wir haben viele Nebel entfesselt! Der Hexe! Kein Hexe! Ein Zauberer! Bitte sehr! Ich nehme diesen Unterschied sehr ernst! Von mir aus! Der Zauberer musste sich damals selbst anlegen! Wir waren seine willigen Esel! Das kann nicht sein! Ein Paladin dem Licht! Keine dunklen Machtschaften! Niemand zwingt dich! Diese Sache irgendjemanden auf die Nase bitten! Jungchen! Ich soll gegen das Gebot der Wahrhaftigkeit verstoßen? Pui! Erwählte! Wie du meinst! Dann trat schon unsere Eselei eben herum! Aber welchen Zweck dient das alles? Was geht es an? Große Fragen! Einen Zauberzweck! Zauberer Zweck! Das Zauber... Damit dürfte alles gesagt sein! Vorsicht! Hinter dir! Der Nebel! Er trinkt aus dem Miner raus! Auf zum nächsten Hasenlauf! Laufen können sie ja, ne? Haben wir ihn abkriegt? Oh Gott! Der Nebel wandert aus dem Gesamtenberg! Äh, ja... Abloh, Regel 8! Rein stiller, als ein Gegner wandern kann! Was ist das denn für eine Regel? Abloh, Regel 8! Die hast du doch eh mal an und ausgedacht! Es ist egal, wie alt die Regel und wirklich ist! Sie hat funktioniert! Darum geht's! Ja, ja... Okay... Ich hab's geschafft, dass ich nicht mehr reinkomme! Aber wir könnten uns ja vorher nochmal kurz umschauen! Ob vielleicht noch irgendwo was Geheimes liegt? Ein neuer Weg geöffnet wurde! Was passiert überhaupt, wenn man ja nicht nach 15 Sekunden draußen ist? Was glaubst du denn, was passiert, wenn ich da 15 Sekunden draußen ist, hm? Vielleicht stirbt man ja! Nein! Oh, hier gibt's gar nichts Neues. Na, es stinkt doch. Nicht mal ein Goldstück, ey. Hat es dir gar nicht gelungen, da nochmal reinzugehen. So, da ist es. Gut. Nachdem wir dann erfolgreich die Mine gesäumert haben... Du bist also zurück, Paulin! Und wie viele Köpfe hast du in der Mine zerschmettert? Nun... Na komm schon, außer der Sprache. Ich hab's zu der Mine geschickt. Bestimmt, dass du dich durch die Gänge voll ungeheuer gekloppt. Was? Ha! Ja, so geht's, wenn man auf Armen aus dem Pfaden wandert. Komisch, dein Ökkel ist immer noch so blütenweiß. Ich trage eine Rüstung, da lässt sich Blut leichter abwischen. Es gab kein ungeheuer in der Mine. Nicht? Danu? Was hast du für eine komische verlassene Mine? Er hatte es mit einem Nebel zu tun, der auf nichts Geringeres als unsere Seelen abgesehen hatte. Was soll dieser Jenseite gekommen? Ich hab dir in den Kampf geschicken wollen! Nicht in die Beetstunde! Der Nebel war in Gefahr. Und er ist es noch. Er war es, der die Mine entvölkerte. Nebel? Pah! Sein war kein schlechtes Wetter als echtes Abenteuer dadurch! Willst du das Jungkind um seine Lohn brellen? Du weißt den Grund für die verschwundenen Barcläute! Da hast du ihn! Naja, das schon! So billig hatte ja wohl nie jemanden, der einsteigen dürfte! Was aufbereit! Ich lehre dich die erste Wuchttechnik! Was krieg ich denn? Kurz zu sein! Was kann ich schlechte Figuren im Stand boxen? Mal gucken, wie du schlägst, was ernst wird! Nein, Donnerhammer! Das Lenn ist uns vor dem Kampf... Blablablabla! Da und die aus dem Boden brechen! Ein Nebel der Mine entvölkert! Das sollen Gefahren sein! Wo bleibt die Drachen und Riesen! Die kommen... später! Wahrscheinlich! Hoffentlich nicht! Keine Drachen und Dämonen! Alt Riesen! Echt! Was ist da überhaupt? Echt! Dämonen! Dämonen!